Hallo und herzlich willkommen, liebe Deutschlerner, liebe Freunde der deutschen Sprache und der deutschen Kultur. Wir bei Sprachinstitut Treffpunkt Online freuen uns, dass es weitergeht in der Denkmalserie zusammen mit dem Künstler Ralf Metzenmacher. In dieser Serie werden sechs Personen vorgestellt aus Deutschland, die Ralf gemalt hat und zu denen er uns etwas erzählen wird. Wir haben bereits angefangen mit dieser Serie am 1. Mai mit Ludwig van Beethoven und machen jetzt weiter nächsten Freitag, auch um 21 Uhr, 15. Mai mit Josef Beuys, einem sehr bekannten deutschen Künstler aus Düsseldorf oder aus der Nähe von Düsseldorf geboren, der einen Meilenstein in der Kunstgeschichte auch hinterlassen hat. Wir freuen uns sehr und ich bin sehr froh und dankbar mit dem Sprachinstitut Treffpunkt Online zusammen, euch die Kultur und die Sprache ein bisschen näher zu bringen. Informationen dazu findet ihr auf Facebook, dort gibt es den Einladungslink für Zoom und dann seid ihr hoffentlich dabei am 15. Mai 21 Uhr zum mithören, mitsprechen, mitschatten und einfach aktiv mitdiskutieren nach dem Interview, das circa 15 Minuten dauern wird. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. ...